In der heutigen News-Folge geht es um China Grand Prix findet im April nicht statt, unterschiedliche Änderungen der Mistral-Schikane möglich. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Der große Preis von China wird im April aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden. Genauer gesagt werden alle Sportveranstaltungen abgesagt, bis das Virus wieder vorbei ist. Auf der Nachbarprovinz Zhejiang wurde eine massive Quarantäne ausgeweitet. Diese Einschränkung bedeutet, dass nur ein Einwohner pro Haushalt alle zwei Tage einkaufen gehen darf. Die Zugverbindungen wurden auch gestoppt und Atemschutzmasken wurden vorgeschrieben. Es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder wird der Termin auf den Herbst verschoben oder ganz abgesagt. China wollte den Termin eigentlich mit Russland tauschen, doch sie wollten das nicht. Ein Termin, der in Betracht gezogen wird, wäre der 4. Oktober, also die Woche nach dem Russland Grand Prix und vor dem Japan Grand Prix. Allerdings wäre das unmöglich, denn das würde bedeuten, dass vier Grand Prix-Wochenenden hintereinander gefahren werden würden, was es in der Formel-1-Geschichte noch nie gegeben hat. Auch der 18. Oktober wäre noch frei, allerdings käme es dann wieder zu einem Tripleheader, was es zuletzt 2018 gab und die Teams das in der Vergangenheit ablehnten. Außerdem müssten die Teams plus das Equipment dann binnen kurzer Zeit von Asien über die halbe Welt bis in die USA fliegen, was logistisch sehr schwierig ist. Was würdet ihr tun? Dass das Circuit-Burica im ersten Sektor verändert wird, weiß ja gefühlt jeder von euch, aber jetzt kam heraus, dass der Rennveranstalter über unterschiedliche Änderungen der Mistral-Schikane nachdenkt. Viele Fahrer forderten wegen Vereinfachen der Überholvorgänge die Entfernung der Schikane. Domo Circuit-Design-Inhaber Jano Zafelli sagte, dass mögliche Änderungen am Layout zur Prüfung bei der FIA vorgelegt werden müssen. In dieser Grafik könnt ihr erkennen, dass es sieben unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Mistral-Schikane zu verändern. Für welche würdet ihr euch entscheiden und warum? Apropos Frankreich, gegenüber f1only.fr haben sie erklärt, dass sie daran interessiert sind, die Frühjahrestests für 2021 auszurichten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hätte, was China angeht, dieselbe Entscheidung getroffen. Die Gesundheit geht einfach vor. Auch die Formel E wurde bereits abgesagt und da bin ich auch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Ich persönlich entscheide mich für Variante G, weil man dort wohl am schnellsten rein- bzw. rausfahren kann. Variante E wäre auch eine Option, nur im Vergleich zur Variante G langsamer, weil der Kurveneingang ein 90-Grad-Winkel ist und der andere ein eher 45-Grad-Winkel. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Dumme Videos. Er schreibt, Ah, tut mir leid, sich enttäuschen zu müssen, aber an sowas habe ich kein Interesse. Ich möchte genauso, wie es jetzt ist, noch eine lange Zeit weitermachen und da ist für einen Podcast kein zusätzlicher Platz vorhanden. Neben YouTube mache ich ja auch noch Twitch-Livestreams. Ich poste auch News auf Instagram und Twitter und dann habe ich noch meine Arbeit. Noch etwas wäre dann langsam zu viel. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.